Entschuldigen Sie. Ja. Ist das Ihr Auto da draußen? Ja. Der Jaguar? Ja, ja, ja. Wie viel verdienen Sie mal? Keine Ahnung, 72.000 im letzten Monat. Zeigen Sie mir Gehaltscheck über 72.000 und ich schmeiß meinen Job hin und arbeite für Sie. Dazu, ich kündige. Ich gehe an die Börse. Mein Name ist Jordan Belfort. Im zarten Alter von 22 begab ich mich an den einzigen Ort, der zu meinen hochgesteckten Zielen passte. Das Spiel heißt, zieh deinen Kunden das Geld aus der Tasche und lass es in deine verschwinden. Und wenn ich dann damit Profit für die Kunden mache, haben ja beide Seiten was davon, richtig? Nein. Ich habe meine eigene Firma in einer verlassenen Autowerkstatt gegründet. Eure Zielgruppe sind die reichsten 1% der Amerikaner. Ich liebe drei Dinge. Mein Land, Jesus Christus und Leute reich zu machen. Hallo? Ich musste die Leute in ein Abziehbild von mir verwandeln. Mit diesem Papier mache ich jeden von euch fit, die Besten der Branche zu schlagen. Das hier ist die beste Firma der Welt! Ich wurde zu einer Legende. Bist du nicht verheiratet? Döffen Verheiratete keine Freunde haben. Das wird keine Freundschaft. Ich machte so viel Geld, dass ich nicht wusste, wohin damit. 26.000 Dollar für ein Essen! Dad, wir sind nicht mehr arm. Erzähl ihm, was für Beilagen. Ja, die Beilagen? Können die Krebs heilen? Ja, das ist es ja. Diese Beilagen können sogar Krebs heilen. Deshalb sind sie so teuer. 22 Millionen in drei Stunden! Die Frage ist nur, war das alles legal? Absolut nicht. Wer hat Fotos von allen deinen Vertrauten? Ach du Scheiße, das wird schon... Was sind wir nicht schlecht? Alles okay. Wir leben doch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie haben da gerade versucht, einen Polizisten zu bestechen. Das hier ist Amerika! Hier bin ich zu Hause! Glück gehabt, kleiner Mann. Meinen Sie damit nicht? Die Show geht weiter! Da müssen Sie schon die Nationalgarde schicken, um mich zu holen! Anders kriegen die mich hier nicht raus! Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du für mich. FU-DRAWTH Im Step! Musik 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 Musik